Dann, äh, haben wir das schon geschafft. So. Mir fehlt halt lediglich nur der, äh, Teleport. Ja, klar. So. Wo war jetzt Ora nochmal? War der link... Ne, der war rechts, oder? Meinen schon, ja. Ich weiß gar nicht, wie viel... Äh, wie viele Dings hab ich eigentlich? Wie viele Münzen? So. Deine beiden Beine und deine beiden Arme sind wieder da, mein Freund. My stone is whole once more. Thank you, Fleshling. The Makers. I feel their despair. The corruption spreads, Fleshling. But perhaps there is still time. Despair is a powerful force, Orin. And corruption even more so. True. But there is a weapon against such things. The will of the remaining Makers must be rekindled. The will to fight the surrounding destruction. They must be reminded of the wonders we are capable of. Have you heard of the Makers' Chronicle? I'm afraid not, old one. It records our history, our lore, our songs. Memory of it has faded. But it cannot be lost. Ryder, it's no mere coincidence that you revived me. We must find the Makers' Chronicle. We? I am too large for secret places. But you are nimble and small. Very well. Where can I find this Chronicle? Ah. It's been so long since I held it. I do not know where it lies. But if there is a Shaman among the living Makers, she will have the answer. I will return with this Chronicle. I know where that is. I know where that is. I know where that is. So. We must to this... Wait. First of all the quests activate. So. We must first of all here to this Makers... No, the Shaman in the first of all going. But I know so already where the place is, where that thing is. So we need to do not have to worry about it. What do you see, Grider? The Makers' Chronicle. Hmm. I hardly know why you would be interested in the Chronicle. But your intentions matter little. It lies hidden. And even I do not know where. Isn't there anything you can tell me? Well, a lodestone could reveal the location of the Chronicle. You see, the artifacts were hewn from the same stone. And they will strive to be united again. Should you carry a lodestone, it will guide you to the Makers' Chronicle. Where can I find one? These stones are precious. They may only be used once. It will be impossible to separate the lodestone from the Chronicle once they are united. I care nothing for its worth and a single use is all I need. Very well, but I need something in return. There is a dying species known as Shadowleaf. Its seeds have powerful healing properties. Bring me the Shadowleaf seeds and I will point you to a lodestone. Enough. I will find these seeds. The creatures roaming the land enjoy. There are new Talismans for you to go. So, jetzt dürfen wir wieder was in return geben und blau und blie und blubberfasel und sowas alles in der Art. Naja, egal. Macht nix. Ach, Götchen, so okay. Gather seeds. Ich hab so ne vage Vermutung, wo ich die herkriege. Ja, hab ich mir schon gedacht. Okay, ja, ich weiß nicht. Warte mal, muss ich die jetzt aus den Fliegefiechern holen oder muss ich die jetzt aus den kleinen Viechern holen? Das ist nämlich das, was ich mich gerade frage. Ach, ich find das immer so toll, wenn ich das nie weiß. Hahaha, witzig. So. Ich werd mal aus den kleinen versuchen, die herzuholen. So, nur meins. Ah. Okay. Ich mag die Gläfe irgendwie. Hier irgendwo ist doch noch ein großer, ne? Guck, guck. Mutti. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Oh, oh, oh. Nein. Tut mir leid. Execute on health, Alter. WTF. Nein. Tut mir leid. So, hätten wir die alle. Da waren Waffen. Hier war ein Talisman. Och Gottchen. Nö. Na, das kann schon wieder was werden, ey. Zack, und zack, und zack. So. Ja, ich weiß, ich bin gerade ziemlich still. Ähm. Alter, wie viel Life hatten die bitte? Alter. Du müsstest mich so verarschen, Alter. Gebt doch. Ach, die Dinger geben auch? Wusste ich gar nicht. Ach nee, die sehen ja scheiße aus, die Waffe. So, vier Stück haben wir davon. Oh, hola, die Waldfee. Lol. Oh, ja, komm. Ernsthaft jetzt? Oh, hola, die Waldfee. Oh, hola, die Waldfee. Oh, hola, die Waldfee. So, zack. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Er geht doch. Ah, ja, klar, haben die mich festgefroren. Ist klar. Wo bist denn du? Da hinten. So, komm mal her. Komm mal auf zu Papi. Geht doch. Trotzdem fehlen mir noch jetzt eine. Oh. Ich hab jetzt eigentlich so viel Dings. Aber ich möchte mal wissen, wo das ist. Warte mal. Sind da unten noch welche? Nö. Wo waren denn hier noch mal welche? Da. Oh. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich glaub das doch nicht. Das ist nicht dein Ernst. Ich setz die ganze Zeit, versuch die ganze Zeit Fähigkeit einzusetzen. Drück wie ein Irrer drauf, Alter. Und was ist? Nein, funktioniert nicht. Manchmal rächt mich sowas auf. Aber versuch mal halt irgendwas zu machen. Und irgendwie funktioniert das dann wieder nicht. Und dann... Ach, leck mich doch. So, wo haben wir dich denn? Da. Ihr kleinen Pissviecher, kommt her. Ihr kleinen Pissnelken. Ja, komm her. Wo bist denn du? Da. Du mich auch. So. 3000 Schaden, Alter. Leck mich doch, Alter. Ach ja, komm ey. Ich glaub das doch nicht. Jetzt reicht's mir aber, Alter. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Äh. Hab ich jetzt etwa alle, oder was? Das verstehe ich gerade nämlich nicht. Hab ich jetzt ernsthaft? Nö. Hä? Was? Ich soll schon wieder alle sechs sammeln. Das ist nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich soll ernsthaft wieder alle sechs sammeln. Nein. Ha, du scheiß... Kackviech, Alter. Jetzt reicht's mir aber. Oh, geht doch. Oh, endlich. Oh, ja, 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 ja. Ich will's mir jetzt nicht ernsthaft sagen, dass ich schon wieder alle einsammeln muss, weißt du? Und mir ausgerechnet jetzt krieg ich wieder keine, weißt du? Ja, ist klar. Ich hab wieder nix, weißt du? Uh, der hat Feuerschaden gekriegt. Haha. Guck, guck. Du mich auch. Oh, super, das kann ja was werden. Wo sind die? Ja, genau, alter, 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 ihr scheiß Kackviecher, alter. So, geht doch. Oh, geht doch. Oh, ich glaub, da war ein Crit dabei. Oh. Oh, ich hab keine Ahnung, wie viele Seats ich überhaupt habe davon. Oh, zack, zack. Geht doch. Ja. So macht man die Platz. Und nicht anders. So, lila Waffen. Und natürlich hab ich wieder nichts gekriegt. Das war so klar. Ah, ich mich auch. Weißt du? Ja, genau. Jetzt reicht's mir aber. Aha, ist klar. Du mich auch, du scheiß Kackviech, alter. Ja. Toll. Jetzt hab ich nur das Problem, dass hier wieder nichts ist. Und ich deswegen auch nichts kriege. Naja. Egal. Ach, da drüben sind ja noch welche. Stimmt ja. Wenn ich wenigstens von allen drei was kriegen würde, dann wäre das ja noch was Annehmbares, weißt du? So, komm. Den muss ich mal eben noch schnell fertig. Wo bist denn du? Ah, da. Äh, äh, mein Freund. Na ja, egal. Ich ben da hier mal die Folge. Und, äh, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.